Musik Kämpfende in einem Krieg, wie zum Beispiel der Ukraine, müssen sich darauf verlassen können, dass sie im Falle einer Verwundung gerettet werden. Mir wird geholfen. Das hält ja am Ende auch die Moral hoch. Und genau dafür brauchen wir gut ausgebildete Soldatinnen und Soldaten, die das am Ende auch ableisten können. Und genau darüber wollen wir heute mit Oberfeldarzt Dr. Daniel Forstner sprechen. Er leitet das Lehr- und Ausbildungszentrum Einsatz in Feldkirchen und ist heute bei uns bei Nachgefragt zu Gast. Schönen Tag, Herr Oberfeldarzt. Guten Tag, Frau Hauptmann. Was sind denn so ganz typische Verletzungsmuster in der Ukraine? Ja, also die genauen Verletzungsmuster aus der Ukraine kriegt man nur teilweise mit, aber man hat ja natürlich auch viele Erfahrungen aus Syrien, Irak und so weiter auch gemacht. Und so ähnlich wird es auch in der Ukraine sein. Aus Veröffentlichungen, die ich jetzt in letzter Zeit gelesen habe, wurde dargestellt, dass 20 bis 40 Prozent der Verletzungen Gesichts- und Schädelverletzungen sind. Und grundsätzlich muss man natürlich sagen, alles, was nicht durch irgendwelche Schutzmaßnahmen, wie eine Mobastweste oder sowas geschützt wird. Das heißt, die Extremitäten vor allem natürlich auch. Und was natürlich ein großes Problem darstellt, sind Inhalationen. Und bei einer Explosion ist es Hitze, es kommt zu Verbrennungen am Körper, die nicht geschützten Abschnitte. Und ich inhaliere natürlich Rauchgase. Und das dritte Verletzungsbild, das relativ häufig sind, sind sogenannte Blast Injuries. Also Blast steht für die Explosion. Alleine durch die Druckwelle, die so eine Explosion auslöst, führt es zu Zerreißungen, Verletzungen des Körpers, auch wenn man geschützt ist, weil einfach die Druckwelle so groß ist. Und so hat man eigentlich die Hauptverletzungsmuster ungefähr dargestellt. Worum ich Sie jetzt mal bitten will, Sie haben ja uns quasi noch einen nächsten Studiogast mitgebracht, dass Sie genau die Orte, wo wir getroffen werden könnten, wo wir eben vielleicht nicht so geschützt sind durch Helm, durch Weste, dass wir da jetzt einmal drüber reden. Ja, wie man hier an diesem anatomischen Modell sieht, die Schutzweste, die wir haben, der höheren Schutzklasse wie Mobast, liegt ja hier mit dem Plattenträger hier auf. Das heißt, man schützt im Endeffekt vor allem diesen Bereich, den oberen Bereich, also die Lungenflügel, die Brust ist geschützt, auch die Leber und die Milz. Das sind natürlich sehr stark durchblutete Organe, was bei Verletzungen natürlich auch dazu führt, dass man sehr schnell sozusagen eine hohe Menge von Blut verliert. Diese sind idealerweise geschützt, aber der Plattenträger hat einen Schutz von vorne und von hinten, jeweils im Zentralbereich. Was natürlich nicht geschützt ist, ist die Seite, weil von seitlich kann man durch zum Beispiel Splitter getroffen werden, die Extremitäten, die natürlich außerhalb sind und natürlich ab hier, wo die Platte aufhört, das heißt der Unterbauch, die Genitalien auch, die sind natürlich gefährdet und die Weste hört hier auf, das heißt der Hals und bis dorthin, wo der Helm ist, sozusagen haben wir natürlich auch Bereiche, die von allen Seiten sozusagen getroffen werden können und deswegen auch diese 20 bis 40 Prozent hier oben in die Gesichts- und Schädelverletzungen, die man natürlich hat. Ja, vor allem, wenn man sich anschaut, dass gerade Adern, Venen etc. genau da durchlaufen. Genau. Und wie schon gesagt, die Problematik der Bauchverletzungen haben wir auch zu sehen. Wenn man natürlich hier getroffen wird oder auch nur seitlich hier in die Milz, habe ich natürlich massive Blutungen und im Bauchraum fällt es mir auch schwer, auch als Fachmann, ohne das aufzuschneiden, irgendetwas zu machen. Das heißt, hier ist es entscheidend, den Patienten so schnell wie möglich einer chirurgischen Intervention zukommen zu lassen, also eine Operation, wo ich wirklich dann die Blutung stillen kann. Ja, das sind ja alles Verletzungsmuster bzw. Sachen, die Sie gerade geschildert haben. Das würde ja nicht nur, das betrifft ja nicht nur die Kameraden in der Ukraine, das würde uns als Bundeswehr in einem Kriegsfall ja genauso betreffen. Daher stellt sich mir die Frage, was ist denn in so einer Kampfzone überhaupt leistbar? Ja, im vorderen Bereich ist es wichtig, dass der Kamerad den Kameraden hilft, also selbst und Kameradenhilfe. Selbsthilfe ist ja auch so, dass ich weiß, wenn ich hier anfange zu blute, weil ich einen Schuss habe, dass ich weiß, wie kann ich meine Blutung selbst stoppen, wenn ich bei Bewusstsein bin, ist das schon mal wichtig. Und natürlich auch die Selbst- und Kameradenhilfe, deswegen auch der Kamerad. Und wenn der Kamerad weiß, wie ich eine Blutung stillen kann, dann kann er das machen. Natürlich ist immer im Gefechtsfeld aber auch zu bedenken, Selbstschutz ist auch noch da. Und wenn ich natürlich in einer akuten Kampfsituation mich befinde, es fliegen die Kugeln, es schlagen Granaten ein, dann ist es natürlich nicht gut, aus der Deckung zu gehen, um sich um den Kameraden zu kümmern, weil dann kann es sein, dass der Kamerad, der dem Verletzten helfen will, der Nächste ist, der selbst getroffen wird. Also hier kann es manchmal auch richtig sein, zu sagen, hey Kamerad, nimm das, den Turner-Kid, leg ihn dir an und binde dein Bein ab. Dann hilft die Anleitung sozusagen. Und erst wenn es ruhiger wird, dann kann man weitere Schritte eingehen. Aber da ist der Ersthelfer sozusagen gefragt. Der, der nicht der sanitätsdienstliche Fachmann ist, sondern der, der erste Hilfe leisten kann, der die ersten Schritte machen kann im Sinne der ersten Hilfe. Und das ist ja genau der, also der Ersthelfer beziehungsweise der Kamerad links neben mir, rechts neben mir, der, der ganz vorne mit mir da steht. Das sind die, die auch als allererstes vor Ort sind. Korrekt. Das sind die, die sozusagen auch wirklich was tun können und im ersten Moment auch wirklich eingreifen können und Leben retten können durch ihre ersten Maßnahmen. Und vor allem ja auch Leben retten müssen beziehungsweise schnell reagieren müssen vor allem auch. Also wir haben ja gerade bei Schussverletzungen alles, was stark blutet oder so, das muss ja auch schnellstmöglich versorgt werden. Ja, da gibt es ja auch im Sanitätsdienst diese zwei bekannten Regeln. Diese Platinum Ten Minutes, also die ersten zehn Minuten sind also mehr wert als Gold, sind Platin. Das heißt, in den ersten zehn Minuten muss eine massive Blutung oder ein Atemwegsproblem so schnell wie möglich gestoppt werden. Nur dann hat er überhaupt eine Chance zu überleben, weil sonst kommt er gar nicht in diese Golden Hour und das ist diese goldene Stunde. In dieser eher idealerweise, nach einer Stunde sollte er beim Chirurgen optimalerweise sein. Und das kann er natürlich nur, wenn er in den ersten zehn Minuten auch überlebt und nicht dort schon bereits verstirbt oder verblutet oder so viel Blut findet, dass man ihn gar nicht mehr retten kann. Sie haben es gerade schon mal angesprochen und trotzdem muss ich ja unglaublich auf mich selber als Ersthelfer aufpassen, damit ich nicht gleich daneben liege. Ja, das ist ja genau das, was man immer bedenken muss. Selbstschutz und die taktische Lage gibt im Endeffekt die erste Hilfe auch her. Natürlich muss ich dann abhängig, wie die Situation ist, sei es ein Scharfschütze, der auf eine Stellung schießt, dann muss ich vielleicht ein Fahrzeug in die Schusslinie fahren, dann kann ich mich an den Patienten kümmern. Oder andersrum, ich muss halt warten, bis der Feind runtergehalten wird durch eigenes Feuer, dass ich dann den Patienten retten kann. Wie werden Ersthelfer denn ausgebildet? Ja, die Ersthelfer Alpha, Bravo, da muss man unterscheiden, der Alpha ist sozusagen das, was jeder Soldat können sollte und auch lernen sollte. Das ist die erste Hilfe. Das heißt, ein Turnock hier anzulegen, also das Abbinden der Extremitäten zu lernen, in Endeffekt Atemwege zu sichern, eine stabile Seitenlage herzustellen und die Erstmaßnahmen zu machen. Das sollte jeder Soldat können. Dann gewisse Soldaten in der Kompanie werden weiterqualifiziert zum sogenannten Ersthelfer Bravo. Der Bravo darf dann auch mehr Maßnahmen machen. Der darf so einen ersten Zugang legen. Das ist bei uns in diesem Fall mit einer Nadel, die in das Sternum, also in das Brustbein gelegt wird. Und der kann auch dann Flüssigkeitsersatz in Form einer Infusion geben. Das darf schon der Bravo, also der darf schon mehr machen, kann auch eine Wunde, zum Beispiel eine Leiste tamponieren, also wirklich hier richtig zustopfen mit speziellen Gasen, die das Ganze dann die Blutung stellen. Jetzt sind die Kameraden zwar richtig, richtig gut ausgebildet oder so, aber sanitätsdienstliches Personal ersetzen die ja auch nicht. Wann kommen die denn ins Spiel? Der Sanitätsdienst trifft erst sozusagen ein ab dem sogenannten Verwundeten-Sammelplatz, das früher auch Verwundeten-Nest genannt wurde oder auch in der NATO als CCP bezeichnet wird, also Casualty Collection Point. Und dort werden dann die Patienten vom Notfallsanitäter mit einem Verwundeten-Transportfahrzeug geschützterweise, wie zum Beispiel ein Boxer, abgeholt und dann sozusagen der weiteren ärztlichen Versorgung zugesetzt. Also hier kommt der Sanitätsdienst erst einmal zum Einsatz. Und es kann also sein, dass dieser Sammelplatz mit 10, 12 Patienten, gerade in so einem Landes- und Bündnisverteidigungsfall vollliegt. Dann kommt ein Fahrzeug, da passen zwei liegende, zwei sitzende Patienten drauf und der Notfallsanitäter, der an Bord ist, als der erste Sanitätsdienstliche, muss dann aussteigen und sichten und sagen, den nehmen wir mit, der ist hohe Priorität, der hat eine hohe Priorität und diesen nehmen wir mal nicht mit, weil eben die Priorität nicht so hoch ist, der kann noch warten oder im schlimmsten Falle, der ist so schwer verletzt, dass, wenn ich ihn mitnehme, die Gefahr groß ist, dass er mir auf dem Weg stirbt oder vielleicht sogar eben zu viel Ressourcen bindet, dass ich ihn lieber in diesem Falle, mich entscheide, ihn nicht mitzunehmen. Sie sprechen ja gerade die sogenannte Triage an. Das ist ja auch nichts, was wir nur in der Bundeswehr beziehungsweise wir in den Armeen haben, sondern das passiert ja draußen. Bei Verkehrsunfällen muss das ja genauso gemacht werden. Wie wird denn das kategorisiert? Also grundsätzlich ist es notwendig zu triagieren, wenn sozusagen der Anzahl der Patienten die Anzahl der Ressourcen überschreitet. Heißt, beim zivilen Umfall, wenn wir dabei bleiben bei dem Beispiel, wenn ich als ein Rettungswagen mit einem Notarzt hinkomme und ich habe drei Autos, die ineinander gefahren sind, ich habe sieben Verletzte, dann muss auch schon der Notarzt da draußen entscheiden, okay, der ist am schwersten verletzt, den versorge ich als erstes, der ist nur leicht verletzt, den können wir warten lassen. Das ist ein normaler Prozess, weil ich habe natürlich immer dann, wenn ich die Ressourcen überschreite, muss ich priorisieren, wer ist erster, wer ist zweiter und wer muss hinten anstehen. Und das ist natürlich im Fall von einer Landes- und Bündnisverteidigung eines Angriffskrieges oder eines Krieges allgemein natürlich ganz andere Dimensionen. Man muss sich vorstellen, so ein Artillerieangriff oder sowas, dann schlagen hier zig Granaten ein in einer Kompanierahmen, dann reden wir nicht von fünf, sechs Patienten, sondern wir sprechen von zehn, zwanzig, dreißig, ganz anderen Dimensionen. Aber grundsätzlich sind wir wieder bei dem Punkt, die Ressourcen sind geringer als die Anzahl der Patienten und ich muss anfangen zu priorisieren. Und das ist Triage. Und die ist notwendig. Wie werden Soldatinnen und Soldaten darauf vorbereitet? Weil gerade bei der Landes- und Bündnisverteidigung werden wir uns darauf einstellen müssen. Ja, es ist auf den verschiedenen Ebenen natürlich zu betrachten. Der Ersthelfer Alpha und der Ersthelfer Bravo wird in seiner Ausbildung harte Unterrichtsstunden, wo er darauf vorbereitet wird, dass triagiert werden muss und dass es auch dazu gehört, dass Kameraden versterben. Und das sanitätsdienstliche Fachpersonal hat ja eine zivile Ausbildung, sei es als Notfallsanitäter, sei es ein Medizinstudium für die Ärzte. Und auch in jeder Ausbildung gehört es dazu, dass man auch mit diesem Thema Tod, Verwundung umgehen muss und auch dann lernen muss, eine Entscheidung zu treffen, die auch in schlimmsten Falle dazu führt, dass jemand verstirbt durch die Entscheidung. Und damit wird man schon in der Ausbildung eigentlich immer wieder konfrontiert. Und wir machen das auch bei den Ausbildungen immer wieder. Ausbildung heißt ja aber auch gleichzeitig, dass sämtliche Sachen, die einen darauf vorbereiten und die einen vor allem dazu befähigen, wirklich vernünftig am Patienten arbeiten zu können, dass man das auch unter Stress durchführen kann. Ja, das achten wir immer sehr darauf. Ich gehe natürlich gerne auch vor allem auf meine Ausbildung ein, die ich im Lehrausbildungszentrum Einsatz durchführe. Das heißt, wenn wir zu uns Soldaten kommen, die in den Einsatz gehen, die darauf vorbereitet werden, durchlaufen die die sogenannte einsatzlandspezifische Ausbildung, kurz ELSA genannt. Und in dieser Ausbildung zum Beispiel gehört immer dazu, dass man auch taktische Verwundetenversorgung übt. Und das in realistischen Situationen. Das heißt zum einen mit Verwundeten Darstellern. Das heißt, irgendwelche Soldaten kriegen Moulagen angelegt und so weiter zu Verletzungen. Die werden überfallen. Es gibt Feindkommandos. Und dann muss ich in diesem Moment handeln. Die werden also in Situationen verlegt. Und dort, wenn es nicht ein Darsteller ist, wird auch, wie ich jetzt gerade da hinten sehe, dieser Simulator verwendet. Das ist ein Simulator, den wir ganz neu seit diesem Jahr erst bei uns haben. ein hochwertiges Simulationsgerät, wo man im Endeffekt von Augen öffnen, Augen schließen, der kann reden, der kann bluten, man kann die Blutungen starten, stoppen, er hat Einschusslöcher, Ausschusslöcher, man kann Amputationsmolagen anlegen, auch diese Stümpfe können bluten. Man kann also wirklich dem Soldaten, der gerade in dieser Situation ist, etwas geben, wo er auch wirklich handeln muss. Und wenn er nicht handelt, dann kann es auch sein, wenn das halt dann die Puppe aufhört zu atmen. Das ist ja aber auch wichtig. Mir ist in den Sanitätsausbildungen beziehungsweise in den Sanitätsausbildungen immer super schwer gefallen zu wissen, ist halt nur so ein Gummiarm, der jetzt halt ein bisschen blutet. Weil ich wusste ja, dem Kameraden darunter ging es trotzdem gut. Ja. Und wir versuchen ja natürlich auch, dass in diesen Ausbildungen die Leute wirklich unter Stress zu setzen, indem auch Feinfeuer auftritt. Die Leute müssen ausweichen, müssen aus der Gefechtszone raus. Und den Extremfall, den wir jetzt auch mittlerweile ausbilden, ich sage mal, den Einzelkämpferlehrgang der Sanität, das ist das Sonderabzeichen taktische Wundenversorgung. Das ist ein Lehrgang über drei Wochen, wo Einsatzsanitäter, Notsanitäter oder auch Ärzte, Notärzte die Möglichkeit haben, ihr Können unter Beweis zu stellen, und das unter extremsten Situationen in drei Wochen, wenig Schlaf, Abseilen, Gewässerüberquerung. Also wirklich zu zeigen, in jeder Situation, ob es psychischer Stress ist, ob es physischer Stress ist, ob es Überfälle sind, wo wirklich dann viele Leute anfallen, auch mal eine sozusagen Triage notwendig ist, weil dann viele da sind. Es wird alles dort in Endeffekt simuliert. Und wer das perfektioniert, der kriegt auch ein Abzeigen. Bis jetzt haben es zwölf im Sanitätsdienst. Und das kann ich nur anraten, vielen Leuten noch da mal mitzumachen. Da kann man zeigen, was für ein guter Sanitäter ist. Ja, das sollten vor allem noch viel, viel mehr haben, umso besser für uns Soldaten. Stichwort Ausbildung, wo Sie es gerade angesprochen haben, sind denn die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten erst Helfer ausgebildet? Sie sind ausgebildet, aber wie man ja auch mitbekommen hat, Großteil eben nicht. Auch durch die Mobilmachung der normalen Leute, sozusagen Männer aus der Ukraine, sind auch viele Soldaten geworden, die davor die Ausbildung nicht hatten. Und deswegen hat ja auch die Bundeswehr angeboten, die Leute auszubilden zum Ersthelfer. Und dort haben wir die ukrainischen Soldaten sowohl hier in Valkirchen bei uns, aber auch in Dornstadt ausgebildet zu solchen Ersthelfern, die sozusagen dann auch reagieren können und taktische Verwundetenversorgung durchführen können. Halten Sie die deutsche Ersthelferausbildung dann überhaupt für Landes- und Bündnisverteidigungs geeignet? Wenn ich das so betrachte, sehe ich das schon so. Wir bringen unseren Leuten, gerade den Ersthelfern bei, einfach zu reagieren und auch unter Stress zu reagieren. Und das heißt, ich habe Skills, die ich einfach können muss. Ein Ternarchy anlegen, das heißt, die Extremität abzubinden, die blutet oder eben einen Verband anzulegen, in die stabile Seitenlage zu bringen und nicht darüber nachzudenken, was jetzt die Umgebung in diesem Moment ist. Natürlich die taktische Lage, aber ansonsten, ich lerne Skills. Und diese Skills kann ich anwenden, ob es jetzt auf dem Gefechtsfeld ist oder wenn mein Nachbar gerade in seinem Garten umfällt. Und damit ist der Ersthelfer Alpha und Bravo schon so mal sehr gut ausgebildet. Unsere Sanitätskräfte, gerade eben auch die Notfallsanitäter, Einsatzsanitäter, werden nochmal speziell geschult, auch unter Stress, solche Sachen zu machen. Das heißt, sie haben hohes medizinisches, sanitätsdienstliches Können. Und das müssen sie auch im Landes- und Bündnisverteidigungsfall vorweisen können. Nur dort wird es halt so sein, das hatten wir ja schon mal angesprochen, dass halt viele Patienten da sind und ich nicht jeden sofort komplett versorgen kann. Ich muss anfangen zu triagieren. Und deswegen legen wir jetzt in der jetzigen Ausbildung immer mehr Wert auch darauf, das den Leuten beizubringen, dass wir triagieren müssen und dass es auch passiert, dass Soldaten sterben bei dem Ganzen. Grundsätzlich möchte ich aber die Brücke schlagen. Was wir daraus lernen ist, es ist wichtig, dass jeder sanitätsdienstlich ausgebildet ist. Jeder Soldat sollte diese erste Hilfe, diese Skills beherrschen. Und auch der Sanitätsdienst, wenn in solchen Situationen gut umgehen kann, ist es ja ideal. Man kann sowohl im Inland als auch im Ausland im Einsatz überall helfen. Und deswegen brauchen wir dringend mehr Leute, die sanitätsdienstlich sich ausbilden lassen, die die erste Hilfe Ausbildung machen, um sozusagen das in der gesamten Bundeswehr sicherzustellen. Es ist ja auf jeden Fall auch ein richtig wichtiger Aufruf. Und in dem Sinne kann ich nur sagen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank, dass Sie da waren. Ich möchte mich auch herzlich für die Einladung bedanken, Frau Hauptmann. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Mehr Informationen finden Sie auf bundeswehr.de und ansonsten, falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie gerne unseren Kanal.